Und ich brüße euch, guten Tag! Ja, oder was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück beim EM-Cast bei hochsommerlichen Temperaturen. Also, dass wir das Ganze hier heute überhaupt aufnehmen, das ist ja unfassbar eigentlich. Aber wir haben es geschafft, wir haben uns in die eigenen vier Saunawände gesetzt und nehmen für euch jetzt den EM-Cast auf. Der Grund, das anstehende Achtelfinale und wir wollen auch einen kleinen Rückblick betreiben und zwar auf die Endtabellen jetzt bei den ganzen Gruppen bzw. das Endergebnis der Gruppenphase. Das Ganze möchte ich allerdings nicht alleine machen, während wir letztens noch zu zweit waren. Heute sind wir wieder zu dritt, deswegen begrüßen wir recht herzlich zurück den Eike bzw. Eizuka. Einen wunderschönen guten Tag! Und ich möchte anmerken, der Drittplatzierte im Tiffspiel. Da hat er sich ja auf Twitter auch schon gefreut wie ein kleiner Schnee. Ja, nachdem ihr mich letzte Woche gedisst habt und meintet, wobei sei ich denn in der Liste? Das ist natürlich gut, aber noch ist nicht aller Tage Abend, die Messe ist noch nicht gelesen und von daher, wir schauen mal. Ich bin gespannt, wie die Endtabelle aussieht. Für mich also zwischendurch sah es ganz gut aus, aber ich habe zwischendrin, gerade vom zweiten auf den dritten Spiel, da waren teilweise acht Spiele in Folge dabei, wo gar nichts ging. Wo wirklich gar nichts ging. Also um das nochmal kurz anzumerken im Tiffspiel aktuell, der Eizuka, Dritter mit 69 Punkten, der Lukas mit 67 Punkten auf Platz 4 und der Tobi mit 61 Punkten auf Platz 8. Was ja eigentlich knapp ist, muss man sagen. Eigentlich ist noch alles eng beieinander. Aber wo wir ihn gerade angesprochen haben, Lukas, der ist heute auch wieder mit dabei. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Wollen wir dich nicht außen vor lassen, um Himmels Willen. Das wäre auch eine Frechheit gewesen. Ja, keine Sorge. Ja, also das Tiffspiel, ich möchte da jetzt nicht weiter drüber reden, dass da mir ja obliegt, welche Themen wir ansprechen, das wird es heute nicht sein. Habe ich keine Lust. Lediglich der kleine Verweis. Wer immer noch sagt, Mensch, Achtelfinals und so, ich kann immer noch Bester werden und will noch mitmachen, einfach in die Beschreibung gucken. Dort findet ihr den Link zu Gameify, wo wir unser Tippspiel austragen, sowie den Code, den ihr braucht, um der Gruppe beizutreten. So. Und ich würde sagen, jetzt genug des Vorgeplappers. Wir wollen mal kurz gucken, wie jetzt eigentlich die Gruppen aussahen zum Ende. Also, in Gruppe A. Frankreich hat es geschafft, die Schweiz hat es geschafft, Albanien hat es geschafft, Rumänien ist nach Hause gefahren. Also, war das zu erwarten oder sind da jetzt für euch irgendwelche Überraschungen dabei? Alles wie erwartet. Sagen wir mal, gar keine Überraschung. Vielleicht, dass die Rumänien zumindest noch die Albaner verloren haben, aber ansonsten, alles wie erwartet. Ja, den kann ich nicht anschließen. Okay, also die Gruppe, denke ich mal, relativ unspektakulär, wobei man ja sagen muss, die Franzosen mit Ach und Krach haben es ja teilweise gelöst. Ich muss sagen, das letzte Spiel der Franzosen fand ich gleichzeitig war ihr Bestes, um das noch mit zu sagen. Also, das hat mir da ganz gut gefallen. Da war es das erste Mal, wo ich wirklich überzeugt von denen war. Gehen wir in die zweite Gruppe. Da muss ich sagen, bin ich wirklich überrascht. Wales als Gruppensieger weiter, England auf der 2, Slowakei als dritter weiter und die Russen mit einem Punkt raus. Also, ich hätte es den Walisern echt nicht zugetraut. Und wir haben ja, glaube ich, auch im ersten EM-Cast haben wir auch gesagt, da reicht wahrscheinlich die Qualität in der Defensive nicht. Aber man muss ja wirklich sagen, der Gareth Bale scheint da sehr viele Defizite wettzumachen, oder? Hm, teilweise auch die englischen Torhüter, würde ich mal sagen, wenn ich es überlege, wie sie gegen England gewonnen haben. Ja. Aber ansonsten sind ja genau die drei weitergekommen, bei denen wir das ja vorausgesagt haben. Von denen kann eigentlich nicht so viel Überraschung, bloß eben, wer der Gruppenerste und Gruppenzweite geworden ist, ist ein bisschen überraschend gewesen. Aber ansonsten, ja. Lukas? Genau, das auch. Gut. Dann, würde ich sagen, lassen wir auch Gruppe B erstmal wieder auf sich beruhen und gehen in unsere deutsche Gruppe, die wir gerade so, muss man ja eigentlich sagen, gewonnen haben. In der Tabelle sieht es eigentlich relativ eng aus, also punktgleich mit Polen. Lediglich dieses Torverhältnis rettet uns die Polen mit 2-0 Toren, wir mit 3-0. Aber, ja, ich denke mal, alles in allem ist das doch trotzdem gut, dass wir als erster weiterkommen. Nordirland als dritter weiter, das hätten vielleicht die wenigsten gedacht. Und die Ukraine mit einem Torverhältnis von 0-5 mit 0 Punkten nach Hause geschickt. Ja. Einziger Nachteil, den ich hier sehe, da werden wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Deutschland ist jetzt leider in die Todeshälfte gerutscht, wie es von manchen gesagt wird. Das heißt, in einem möglichen Viertelfinale ginge es gegen Spanien. In einem Halbfinale gegen England oder Frankreich, aber ich sage mal so, wenn du Europameister werden willst, musst du wahrscheinlich eh die Besten schlagen, von daher, gut. Lukas, wie sieht es aus in dieser Gruppe, was hast du für einen Kommentar dazu? Dass die Ukrainer mit ziemlicher Enttäuschung waren. Da ist was dran. Auch sonst was zu erwarten. Die Nordiren vielleicht nicht, die weiterkommen, die hat man schon als Letzten erwartet. Das ist Fußball. Ja, das ist eben so. Eike, hast du noch was hinzuzufügen? Eigentlich nichts, außer Wilbrixx ist on fire. Also, das ist ja bei den nordirischen Fans oder generell bei den irischen Fans wirklich ein Phänomen. Ich habe auch schon Kommentare gelesen. Verliert einfach mit Absicht bei der EM gegen diese Mannschaft und lasst die den Europatitel gewinnen. Das ist ja, also, was die für friedliche Stimmung wirklich machen. Ich fand es auch super, wie sie einfach 90 Minuten lang gegen Deutschland die ganze Zeit wirklich nur diesen Einschand gesungen haben und ich denke, das ist doch nicht deren Ernst. Ja, und dann vor allem auch 20 Minuten nach dem Spiel fast alle sind im Stadion geblieben und tanzen einfach weiter. Unfassbar. Unfassbar. Also, die sind wirklich, also die Iren generell sind hochsympathisch für mich. Gehen wir in Gruppe D. Dort muss ich sagen, haben wir am letzten Spieltag mit dem Spiel Kroatien-Spanien das für mich beste Spiel bei dieser EM bisher gesehen. Wobei, nicht ganz. Also, mit eins der spannendsten, das torreichste war es ja dann doch nicht. Das haben die Portugiesen dann nochmal toppen wollen. Aber zumindest mit eins der qualitativ hochwertigsten mit Kroatien-Spanien. Das war wirklich ein gutes Spiel. Und die Kroaten sind letztendlich auch als Gruppenerster hier weitergekommen vor den Spaniern, die jetzt im Achtelfinale auf die Italiener treffen. Das ist eigentlich schon ein potenzielles Finale, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Die Türkei hat es nicht geschafft als Gruppendritter und Tschechien, ja, relativ enttäuscht. Enttäuschend rausgeflogen. Sind die Kroaten für euch jetzt ein absoluter Titelfavorit oder ist das eine Eintagsfliege? Ja, wenn man sich mal anschaut, jetzt sind sie ja in der oberen Hälfte gelandet. Von daher, das könnte durchaus bis zum Finale auch reichen, wenn sie es... Wenn sie es, ja? Du warst jetzt bei uns kurz ein bisschen abgehackt. Ja, wenn sie es gut anstellen. Ach, wenn sie es gut anstellen. Gut anstellen, ja. Ja, das ist richtig. Eike, wie siehst du die Kroaten? Ich würde sie jetzt nicht als Titelfavoriten sehen, aber wir haben sie jetzt zu einem der Geheimfavoriten entwickelt und haben eigentlich, was viel wesentlicher ist, gezeigt, dass man Spanien schlagen kann. Weil früher, also früher ist gut, weil vor dem dritten Gruppenspiel es noch so hieß, so ja, okay, Spanien hat sich mittlerweile zum eindeutigen Titel-Aspiranten herausentwickelt. Und wenn man sich jetzt so die Partie gegen Kroatien anguckt, kann man sehen, okay, man kann Spanien schlagen. Von dem her ist eigentlich noch alles offen um den Titel. Okay, also da sind wir mal gespannt, wie die Spanier das dann im weiteren Turnierverlauf machen. Haben ja wirklich dann im Achtelfinal mit Italien einen richtigen Brocken. Apropos Italien, die haben ihre Gruppe gewonnen, nämlich Gruppe E vor Belgien, die es dann doch noch geschafft haben, mit sechs Punkten weiterzukommen. Durch Nainggolan in der 84. Hat man es dann doch noch relativ klar gemacht. Irland auf Platz drei weiter mit vier Punkten. A la Bonheur. Und Schweden, ja, Zlatan alleine reicht halt nicht. Aber ich muss sagen, die Italiener, so eine kleine Überraschung, da waren ja ein paar Fragezeichen, wie die Mannschaft aufläuft. Ist halt eine Turniermannschaft, die sehr ergebnisorientiert spielt, wie ich finde. Und die Belgier haben ihre Momente, aber ich bin noch nicht komplett überzeugt von dem Team. Wie seht ihr es? Na, das ist so eine ganz komische Gruppe. Also man muss sagen, man hat von Belgien eigentlich viel mehr erwartet. Der nach dem Gegenhaben sehr enttäuscht. Italien hat sie sogar eher überrascht, weil man eigentlich gedacht hatte, Italien wird sich nicht so gut präsentieren. Schweden war jetzt nicht so mega enttäuschend, weil, Lukas hat das ja mal angesprochen, Schweden ist eigentlich nur Ibrahimovic und sonst ist da nichts. Und am besten präsentiert hat sich in der Gruppe eigentlich Irland, weil wenn man sagen muss, die hat es geschafft, sowohl Belgien als auch Italien richtig gut zu fordern. Kann man irgendwie mal so sagen. Lukas, noch Ergänzung oder? Keine Ergänzung. Gut. Und dann haben wir noch Gruppe F. Es ist, also wenn man sich das anguckt, wenn man von vornherein sich diese Gruppe angeguckt hat, Portugal, Österreich, Island, Ungarn. Ja gut, Portugal, Österreich. Weiter mal gucken, wer am Platz 3 kämpft, Ungarn oder Island. Haben wir auch im ersten Podcast so gesagt, dass, ja, dass das eigentlich relativ eindeutig verteilt ist. Aber jetzt Ungarn, Gruppenerster mit 5 Punkten. Danach sofort Island, ebenfalls 5 Punkte. Portugal mit Ach und Krach bei diesem 3 zu 3. Ja, was war das bitte für ein Spektakel? So möchte ich eigentlich jedes Spiel sehen. Und Österreich, glaube ich, eigentlich mit die größte Enttäuschung bei dieser EM. Sank und Klanglos ausgeschieden, das 2-1 gegen Island, hat das alles nochmal bestätigt. Aber, also ich weiß nicht, hier haben wir eigentlich zwei riesige Überraschungen. Einmal Island und einmal, wie schlecht Österreich eigentlich ist. Oder habt ihr insgeheim doch gewusst, dass Island sowieso weiterkommt? Also ich habe ja damit schon gerechnet, dass Island jetzt nicht so schlecht ist, wie andere vermutet haben. Und Österreich, ja, die waren dann halt die andere Art von Geheimverwogen. Und, ähm, wirklich ein geheimer Geheimfavorit. Eike? Ja, sagen wir es mal so. Also man hat schon vermutet, dass Island weiterkommt in der Gruppe, das ist nicht als Gruppenzweiter. Dass Ungarn dann als Gruppenerst hatte sich daraus kristallisiert, ist sehr überraschend gewesen. Aber wenn man sich anguckt, wie sie gegen Portugal aufgetreten sind, verdient. Portugal war, ich würde jetzt nicht sagen enttäuschend, aber von den Qualitäten, die sie in offensiven Hall haben, war das dann schon enttäuschend. Die Defensive war überraschend. Also, nee, eigentlich nicht überraschend, sie war eigentlich genauso, wie ich es vorausgeahnt hatte. Scheiße. Und, ähm, Österreich ist eher die richtige Enttäuschung in dieser Gruppe gewesen. Gerade wenn man sich überlegt, sie haben eigentlich die guten Spiele. Sie hatten auch teilweise das Glück, dass sie manchmal nicht richtig auf die Fresse bekommen haben, aber hatten dann auch manchmal das Pech, dass sie das Tor nicht gemacht haben. Wenn sie zum Beispiel, wie gegen, ich weiß gar nicht was, gegen Ungarn oder so, wenn sie da, oder wenn da Alaba nach vier Minuten das Ding ins Tor gelandet, geschossen hätte und nicht an den Pfosten, dann hätten sie das Spiel wahrscheinlich auch anders gestartet, als es dann am Ende verlaufen ist. Oder wenn sie gegen Island den Elfmeter reinmachen? Ähm, also da war eine Menge Pech bei Österreich dabei und ansonsten haben sie sich auch einfach schlecht präsentiert. Also, wenn du dir überlegst, die haben da Spieler, die spielen in der Premier League und keine Ahnung was und dann kommt da sowas bei zustande. Das ist mir ein bisschen enttäuschend. Da sagst du etwas mit einem gewissen Wahrheitsgehalt. So, ich denke mal, damit werden wir, was die Gruppenphase angeht, soweit durch und damit kommen wir nun also zu den Achtelfinals und einem weiteren Turnierausblick. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Ähm, und zwar haben wir dort am 25.06. um 15 Uhr, und zwar ist das am Samstag, die Schweiz gegen Polen im ersten Achtelfinale. Äh, kleines Nachbar... Na, was heißt Nachbarduell? Ne, das nicht ganz. Ähm, man muss aber trotzdem sagen, ich finde, also es ist ein Duell der Gruppen Zweiten und ich finde, die Schweiz hat trotzdem, äh, im Turnier für mich gezeigt, dass sie ähnliche Qualitäten wie Polen haben. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf Nachbar gekommen bin, wahrscheinlich, keine Ahnung, wegen dem Gruppen Zweiten, was weiß ich. Ähm, jedenfalls muss ich sagen, dass das hier so ein Spiel ist, wo ich lange überlegt habe, ob das nicht in die Verlängerung gehen würde. Vielleicht. Ähm, man muss dazu sagen, bei Gambify, die Tipps, die sind alle nur für die 90 Minuten. Äh, alles, was danach in Verlängerung, Elfmeterschießen kommt, äh, wird dann nicht mehr in den Tipps berücksichtigt. Und bei mir steht jetzt im Endeffekt ein 2-1 für Polen nach 90 Minuten. Ich glaube, ich glaube, es wird lange 0-0 stehen, aber zur zweiten Hälfte werden die Mannschaften dann vielleicht mehr Risiko gehen. Ähm, und ich glaube, Polen hat im Sturm insgesamt die bessere Qualität. Und ich glaube, die werden sich hier mit 2-1 in den 90 Minuten durchsetzen. Ich setze auf ein 1-0 für Polen. Obwohl beide Mannschaften eigentlich, wie du sagst, auf Augenhöhe sind, aber Schweiz hat sich nicht ansatzweise so gut präsentiert wie Polen. Gerade, weil sie irgendwie eher ein Stürmerproblem vorne haben. Silverowicz kriegt nichts auf die Reihe, Mbolo ist zwar ein guter, junger Mann, der viel Talent hat, aber ist, hat sich jetzt auch noch nicht so überzeugt. Und da guckst du dir Polen auch den Stürmer an mit Milik und mit Lewandowski, die sind dann schon ein anderes Kaliber. Ja, das sehe ich ganz genau so. Schweizer hat mich bisher nicht überzeugt, also sehe ich auch auf ein 1-0 für Polen. Okay, wir sind gespannt, was da passiert. Demnach glaubt ihr hier nicht an einer Verlängerung. Ich sage also, es ist, ja, es ist trotzdem vielleicht offener als der ein oder andere denken mag. Ich bin mal gespannt, wie die beiden Mannschaften spielen werden. Ob die Schweiz sagt so, Polen macht das Spiel oder ob man sagt, nee, wir wollen hier wirklich mitspielen. Mal gucken, mal gucken. Hauptsache man nimmt sich andere Trikots mit. Das wäre vielleicht eine gute Maßnahme. Das zweite Spiel dann am Samstag um 18 Uhr wäre das von Wales gegen Nordirland. Die beiden trennt eigentlich auch nur Gewässer auf der Landkarte, aber ich muss sagen, ich bin am Anfang eigentlich davon ausgegangen, dass Wales hier ein klarer Favorit ist, aber wenn ich jetzt so ein bisschen an die Spiele der Nordirland zurückdenke, ich glaube, die können es den Walesern richtig schwer machen. Oder? Das Ding ist ja, dass sie ja in den Spielen, die sie ja gespielt haben in der Gruppe, ja nie wirklich so torgefährlich waren. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dann jetzt Wales wirklich gefährlich werden, die dann nochmal eine Strecke defensiver stehen. Aber ich tippe trotzdem auf ein 2-1 für Wales. Hier hängt vielleicht auch ein Ziel davon ab, inwiefern Wales wirklich das Spiel machen kann. Denn in vieler ihrer Gruppenspiele war es ja so, dass sie defensiv standen und dann gekontert haben. Und dann mit dem schnellen Bail oder so vielleicht einen Freistoß rausgeholt haben oder das Ding direkt gemacht haben dann. Und jetzt kann ich mir vorstellen, gegen Nordirland wird Wales gezwungen sein, das Spiel zu machen. Und zwar über eine ganz große Strecke des Spiels. Deswegen bin ich gespannt. Ich habe aber trotzdem ein 2-0 für Wales auf dem Zettel stehen, da irgendwie, keine Ahnung, die fand ich trotzdem in der Gruppenphase alles in allem ziemlich souverän. Gerade was sie da auch dann noch gegen Russland gezeigt haben, wo sie wirklich da nicht irgendwie geschwankt haben, sondern wirklich eiskalt ihr Ding durchgezogen haben. 3-0, buff. So. Und das hat mir wirklich gezeigt, also die Mannschaft ist nicht zu unterschätzen und gerade für die Nordirland könnte das dann eine relativ schwierige Aufgabe werden. Vielleicht nicht unlösbar, aber trotzdem glaube ich, die Waliser werden das mit 2-0 gewinnen, da ja vielleicht doch die individuellen Unterschiede eventuell ein bisschen zu groß sind. Lukas, wie sieht dein Tipp aus und warum? Hier auch auf ein 2-0 für Wales. Vor allem jetzt die erste Halbzeit gegen Russland. Da hatten die Russen wirklich Glück, dass es nicht 3- oder 4-0 in die zweite Halbzeit ging. Also war schon wirklich Qualität, die sie mir gezeigt haben. Sie ist eigentlich eine klare Angelegenheit, weil Nordirland mich jetzt auch nicht so überzeugt hat. Klar, die stehen hinten drin. Wales wird das Spiel machen müssen, aber sie haben das gut gemacht gegen Russland. Der war stronger 2-0. Okay. Dann denke ich mal, hätten wir bei diesem Spiel auch das Nötigste gesagt. Also auch hier eine Verlängerung ist wahrscheinlich möglich, aber dann wahrscheinlich nur beim 0-0 und dann wird es auch kein so attraktives Spiel. Wie gesagt, viel wird vielleicht davon abhängen, inwiefern Wales das Spiel machen kann. Und das Abendspiel am Samstag um 21 Uhr. Kroatien gegen Portugal. Für mich sind hier klare Rollenverteilungen gegeben. Die Kroaten als ganz, ganz großer Favorit gehen sie in diese Partie, denn Portugal auch das 3-3. Im Endeffekt, das war ein offener Schlagabtausch, wo beide Defensivverbände sehr löchrig einfach gestanden haben. Und die Kroaten, muss man ja sagen, bei denen sah das das ganze Turnier viel souveräner aus. Und ich glaube, Portugal hat noch keinen so wirklich überzeugt. Auch wenn sie jetzt drei Tore geschossen haben, sie haben eben auch drei bekommen. Und meistens immer dann direkt im Gegenzug. Von daher, ich glaube, die Kroaten werden das hier machen. Äh, und wenn sie jetzt hier weiterkommen, äh, würden sie ja dann gegen den Gewinner von Schweiz-Polen spielen, was ja eigentlich auch eine machbare Aufgabe wäre. Und wie ihr es schon gesagt habt, vielleicht geht es für Kroatien wirklich bis ins Finale. Ich bin richtig gespannt. Aber ich bin mir sicher, dass sie Portugal auf diesem Weg relativ sicher zurücklassen werden, äh, und das Ding mit 3-0 oder 3-1 gewinnen. Na, 3-1, sage ich mal. Ich sage 3-1, äh, vielleicht noch kurzer Einwurf, die Wettquoten. Kroatien 2-7, unentschieden 3, Portugal 3. Also, da ist ziemlich viel möglich. Wie schätzt ihr diese Partie ein? Ja, also ich bin da auch ganz klar gemeint, dass das Kroatien schaffen wird. Ich war jetzt nicht so deutlich mit dem 3-1, sondern nur ein 2-1. Aber die Kroaten, wer die Spanier schlagen kann, sagen wir mal so, der kann alle schlagen. Ich glaube, ausgedrückt. Wir haben auch bisher wirklich überzeugt im Turnier, außer halt, ich habe letztes Mal gesagt, die letzte Viertelstunde gegen Tschechien. Daher. Aber die war vielleicht auch unter gesonderten Bedingungen. Eben. Heike? Ja, ich würde Lukas auch recht geben. Also, ich sehe Kroatien auch mit leichten Vorteilen gegenüber Portugal, deswegen tippe ich auch mit dem 2-1. Okay. Und dann, wenn es gegen die Schweiz oder Polen geht, denke ich mal, sind wir uns auch einig, dass die Kroaten da ebenfalls gute Chancen haben würden. Auf ein Weiterkommen, nehme ich mal an, oder? Gegen Schweiz, ja. Gegen Polen weiß ich nicht. Okay. Na, also es wird dann, denke ich mal, zunehmend wirklich absolute Hochkaräter geben bei diesem Turnier. Vielleicht nicht ganz so ein Hochkaräter, aber eigentlich doch ziemlich spannend und für die Franzosen dann doch schon eine kleine Drucksituation. Und zwar geht es am 26.06., also am Sonntag um 15 Uhr, gegen Irland ran im 4. Achtelfinale. Joa, also die Iren haben wir ja schon gesagt, die wirklich den Belgiern und den Italienern Paroli geboten haben. Ja, jetzt also die Franzosen. Bieten sie denen auch Paroli oder wird Frankreich wieder in der 94. zuschlagen? Das Ding ist ja, dass das Spiel ja eigentlich eine gewisse Vorpräsenz hat, ne? Wenn wir dran denken, wer damals durch ein Handspiel Frankreich zur Weltmeisterschaft gebracht hat. Ja, Herr Henri war das. Und seitdem ist Irland und Frankreich nicht wieder getroffen und das ist das erste Mal wieder. Das heißt, es könnte auch eine hitzige Partie werden. Die irländische Presse bringt da schon wieder ein bisschen Öl mit ins Feuer. Also mit ins Spiel. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, das wird eine 1-1-Partie. Und danach entweder eine Entscheidung in einer Verlängerung oder im Elfmeterschießen. Weil ich traue den Irren zu, den Irren, den Irländern zu, dass sie gegen Frankreich auf jeden Fall standhalten können und auch mindestens ein Tor schießen können. Und dann wird es eine richtig interessante Partie. Okay, du gehst auf die Verlängerung und dann auf ein Weiterkommen von Frankreich, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, das ist schon meine Ansicht. Okay, Luca? Also, ich gehe da eigentlich fast genauso mit. Nur, ich glaube, dass sie das in den 90 Minuten machen werden. Wieder durch so ein spätes Tor vielleicht. Aber das wird eine harte Nuss für die Franzosen, die hier zu klacken ist. Wir waren auch bisher nicht überzeugend. Das sehe ich eh nicht. Also, die Franzosen haben sich ja wirklich durch die späten Tore ausgezeichnet. Wer sich durch späte Tore auszeichnet, da kann man relativ leicht schlussvoll sagen, okay, die haben ein Problem damit, das schon vor dieser Schlussphase klar zu machen. Das fehlt Frankreich eigentlich. So wirklich, dass man zur 60. 70. schon 2-0, 3-0 steht, damit wirklich der Deckel drauf ist. Haben sie bisher nicht geschafft und ich glaube, es wird gegen Irland dann auch ähnlich, dass ein spätes Tor kommen würde. Aber auch ich bin der Meinung, sie schaffen es in 90 Minuten. Bei mir steht hier ein 2-1. Wenn wir nach den Bettquoten gehen, dann sieht das sehr deutlich aus. Also, in den 90 Minuten hat Frankreich eine Quote von 1,5. Das ist unentschieden eine 4er-Quote und Irland fast eine 10er-Quote. Also, sehr unwahrscheinlich. Da hat sogar Slowakei eine höhere Quote, dass sie Deutschland schlagen. Ja, aber ich glaube auch, die Franzosen werden das machen durch ein spätes Tor. Und deswegen das 2-1. Apropos Slowakei, die spielen gegen unsere Jungs. Deutschland gegen Slowakei. Also, wir sind ja dann doch Gruppensieger geworden ohne Gegentor und so. Mit ein paar Abstrichen. Ich denke aber mal trotzdem, das Spiel gegen Nordirland war von der Offensivleistung her mit das Beste. Obwohl man sagen muss, also finde ich, nach 15 Minuten muss es mindestens 2-0 oder 3-0 stehen, oder? Mhm. Da waren ganz schön viele Chancen, die sie in den Sand gesetzt haben. Was für Chancen. Also, Müller, muss ich sagen, stand ja zweimal wirklich frei vorm Tor. Und, also, keine Ahnung, wenn den eigentlich einer reinmacht, dann immer Thomas Müller. Ein bisschen, ja, nachlässig vielleicht an der Chancenverwertung. Glaubt ihr, das fällt uns gegen die Slowakei auf die Füße, oder wird's da alles besser? Ich sagen wir es mal so, das Spiel war jetzt immerhin besser, ne? Also, ähm, man hat jetzt gesehen, was eigentlich ursprünglich die Taktik war von Löw. Das hat bloß nie mit Götze funktioniert, weil Götze nicht dafür bekannt ist, die Bälle abtrocknen zu lassen. Jetzt mit, ähm, Gommes hat's wunderbar funktioniert, weil Gommes konnte sie immer schön nach links auf, ähm, äh, ich glaub Götze hatte da gespielt, ähm, spielen oder nach rechts eben auf Müller. Und was dann zu Torschanken geführt hat, von dem er, ja, ich glaub schon, dass sie gegen die Slowakei jetzt eben besser auftreten werden und mindestens 2-1 ausruhen werden. Okay, Lukas? Ja, das denk ich genauso. Wobei die Slowaken haben ja auch schon, äh, andere Offensivkraft als die Nordiren. Immerhin vor ein paar Wochen hat die Slowakei, wenn auch durch eine Regenschlacht gewonnen. Also, ich denk mal aus, es wird ein 2-1 oder eher 3-1-2 ergeben nach 90 Minuten, aber es wird trotzdem ein hartes Stück Arbeit. Das Achtelfinale bei der WM Algerien war's, ne? Das hab ich mir ziemlich gemerkt. Da ging's ja auch in die Verlängerung. Und ich glaube, man kann das damit fast vergleichen. Also, ich würde diese Spiele, die, also das Spiel gegen die Slowakei, ich geh da ähnlich ran wie das Spiel gegen Algerien, äh, zur, zur WM. Auch, äh, jetzt, wo wir es ja im Nachhinein dann schon wissen, wie das dann damals war mit der Verlängerung und so. Wir haben's ja dann auch klar gemacht, Gott sei Dank. Äh, denn bei einem Elfmeterschießen, da muss nicht zwingend der Bessere gewinnen. Da entscheidet eben auch das Glück. Ich denke mal, soweit wird's nicht kommen. Äh, ich glaub aber auch nicht, dass es bis in die Verlängerung gehen wird. Äh, dafür hat mich die Offensive das letzte Mal zu sehr überrascht, äh, beziehungsweise überzeugt. Wir haben ja gesehen, dass wir's können. Natürlich, die Slowaken werden viel Selbstvertrauen haben, nachdem sie uns 3-1 weggefegt haben, im Regen von, wo war das Spiel eigentlich? Äh, Augsburg. Ich glaub, ah, stimmt, Augsburg war das. Ähm, und, und, ja, die werden natürlich Selbstvertrauen haben, werden Deutschland aber das Spiel überlassen und ich glaube, wenn wir mit derselben Offensivkraft und mit derselben Kreativität auflaufen, wie wir das gegen die Nordiren gemacht haben, dann werden wir das Ding 2-0 gewinnen. Dann dürfte da eigentlich auch nichts anbrennen. Ich bin weiter, äh, davon überzeugt, dass Manuel Neuer nicht hinter sich greifen muss. Dafür hat er ja Jérôme Boateng, der ansonsten noch ein paar Dinger von der Linie kratzen kann. Der momentan aber noch Probleme mit seiner Fahrt hat. Weiß man noch nicht, ob der, äh, zu 100% aufläuft, ne? Nö. Was eigentlich, äh, vielleicht kurzer Einwurf, eure Meinung zur Leistung von Joshua Kimmich? Als Außenverteidiger? Die Medien haben teilweise gesagt, das ist der neue Lahm. Mh, sagen wir es mal so, er hat immerhin, das, was wir ja auch benötigt haben, mehr Offensivakzente nach vorne bringen können als Hürwedes, weil Hürwedes eben einfach nicht diese Agilität mitbringt und auch nicht, seine Flaggen auch nicht so präzise waren wie die von Kimmich. Ähm, defensiv hat er jetzt aber auch nicht so viel besser gestanden als Hürwedes. Aber da muss man jetzt abschätzen. Braucht man jetzt jemanden, der jetzt mehr nach vorne arbeiten kann oder jemand, der jetzt mehr das Zentrum durchmacht? Das muss dann Löw von Spiel zu Spiel entscheiden. Genau. Und eine andere Frage vielleicht an dich, Lukas Götze oder Gomez? Oder ganz anderes? Oder? Beide, so wie es war gegen Nordirland. Okay. Ja, also ich denke mal, das hat uns eigentlich allen gezeigt, dass, äh, Götze, wenn er nicht ganz da vorne steht, dass er dann doch eigentlich wirklich Qualitäten hat. Was mich halt in der Anfangsphase so ein bisschen, äh, ich hätte mir, ich hätte mir mehr Flanken gewünscht, denn als Götze gespielt hat, da hat man dauerhaft diese Flanken geschlagen und dann spielt Gomez und dann will man sich bis zur Grundlinie durchkombinieren und dann flach irgendwie das Ganze lösen. Also ich finde, mit Gomez kannst du am ehesten nochmal mit Flanken was probieren. Ähm, ist ja ein guter Kopfballspieler. Sie haben nicht diese hohen Flanken gespielt diesmal, sie haben diese halbhohen auf die Brusthöhe gespielt. Ja. Was sie hätten vorher schon bei Götze machen sollen. Also jetzt hat es irgendwie, keine Ahnung, sie haben es diesmal anders gespielt und diesmal war es immer ein effektiver, aber es war irgendwie auch nicht ganz das, was sie, glaube ich, ursprünglich wollten. Gut. Dann, äh, ja, würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste, äh, Achtelfinale hier hinein. Das ist das, äh, sechste Achtelfinale. Die Ungarn, ja, bekommen, äh, eine schwierige Aufgabe. Und zwar spielen sie gegen Belgien am Sonntag um 21 Uhr. Aber ich sag mal so, die Belgier sind schlagbar. Ich denke mal, das ist, äh, für alle ersichtlich geworden. Wenn sie nicht wirklich ihre Momente haben. Sie haben ja gegen Irland dann zur zweiten Hälfte wirklich aufgedreht und gezeigt, ähm, dass die Offensivabteilung abliefern kann. Nur es wird jetzt viel abhängig davon sein, inwiefern man da eine gewisse Kontinu... äh, Kontinuität reinbringen kann. Und deswegen, ich bin gespannt, ob sie gegen die Ungarn abliefern können. Denn die Ungarn werden jeden Fehler gnadenlos bestrafen. Und die sind gut für, äh, späte Tore. Die sind, äh, eiskalt beim Kontern. Und, ähm, ich bin gespannt. Ich muss mal gucken, ob... Ich könnte mir vorstellen, dass sie bei Ungarn, äh, sogar, sollte Hans Stiebe dann mal von Anfang an spielen lassen. Ähm, weil ich glaube, dass er noch, äh, am ehesten mit einer der Spieler ist, der eine gewisse Schnelligkeit mitbringt, eine gewisse Abschlussstärke. Und sowas wird's brauchen gegen die Belgier. Also Belgien wird das Spiel machen, dass, äh, dass sie das nicht zwingend können, sondern da gerne auch mal ihre Probleme mit haben, äh, und ausgekontert werden. Das haben wir ja im Turnier schon gesehen. Das, äh, werden die Ungarn versuchen auszunutzen. Aber ich glaube, ähm, ähm, im Endeffekt werden wir hier ein 2 zu 1 für Belgien sehen. Es wird keine Verlängerung geben, die Belgier werden. Das Ding in den 90 Minuten gewinnen. Ich tippe ein 2 zu 2. Uh. Ich bin immer noch nicht überzeugt von Belgien und ich traue Ungarn gerade nach dem Spiel gegen Portugal jetzt unglaublich viel zu. Absolut, sehe ich genauso. Ich gehe auch auf ein 1 zu 1 nach 90 Minuten. Also das, das wird, äh, für die Belgier ganz schön schwer. Die Ungarn, jetzt mal halben B-Elf, machen die dann 3-3 gegen Portugal. Also können auch mehr schaffen, als man denkt. Ja. Wird es vielleicht nicht so weit gehen, dass sie ein zweites Griechenland werden, aber. Ja, mal schauen. Also ich denke aber auch, dass sie nach Verlängerung das dann auch machen werden und Belgien rausschmeißen. Okay. Das ist natürlich, ja, also ich sag mal so, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, aber ich, ähm, nee, keine Ahnung. Ich glaube, die Belgier können das da in diesen 90 Minuten noch am ehesten hinbekommen, äh, da zu, äh, zu siegen. Mal gucken. Wir können gespannt sein. Da haben wir doch zumindest mal eine gewisse Diversität in unseren Tipps. Ist ja ganz gut zu sehen. Da könnte sich einer dann absetzen. So. Und dann haben wir, äh, das siebte Achtelfinale und zwar wird der Gewinner dieses Spiels auf Deutschland treffen. Prost Mahlzeit. Es ist das Spiel in dieser EM bisher, kann man eigentlich sagen. Es ist, äh, ein Treffen zweier Hochkaräter. Italien gegen Spanien. Montag, 18 Uhr. Bitteschön. Was haltet ihr davon? Ich würde es ein bisschen mit der Partie hier in Italien-Bergien vergleichen. Mhm. Ähm, äh, ich schätze mal, Spanien die ganze Zeit auf Ballbesitz machen wird und, ähm, versuchen wird, eben, Italien zu umspielen. Wenn sie aber das Tempo nicht anziehen, wird das ein Spiel in Richtung Italien laufen, weil Italien knallhart kontern wird. Und wenn das nur ansatzweise so effektiv ist, wie gegen das Belgien war, dann wird es ein 1-0 vielleicht oder 2-1 für Italien. Mikrofon activated. Okay, Lukas? Ja, das wird wirklich, wirklich sehr schwer für die Italiener, also, auch für die Spanier, da, die werden die, ich weiß nicht, die werden das Spiel auf jeden Fall machen mit ihrem Ballbesitz. Aber es kommt wirklich drauf an, wie die Italiener zu Chancen kommen, ob sie die verwerten, aber, ich denke mal trotzdem, dass es Spanien mit 2-1 machen wird. In den 90 Minuten demnach? Ja. Okay, ich gehe auf eine Verlängerung. Äh, die Spanier werden das Spiel machen, das ist richtig, und sie haben ja schon gezeigt, dass sie da Tore machen können, wenn sie das Spiel machen. Äh, hat man ja, denke ich mal, ganz gut bei ihrem 3-0 gesehen. Äh, und die Italiener sind natürlich aber auch eine Mannschaft, die sehr gut kontern können. Ein langer Ball von, äh, wer war es? Bonucci oder so? Mhm. Ja, und dann, ja, siehst du ja, was dann da vorne auf einmal los ist, also, äh, ja, man muss gucken, zumal, äh, die Italiener da wirklich die richtigen Spieler für haben, und eben auch eine Mannschaft, äh, wirklich auf den Platz stellen. Natürlich muss man aber auch gucken, also, gerade wenn ich das Spiel gegen Schweden, äh, wenn ich mir da mal kurz ein paar Gedanken zusammennehme, also, das war ja wirklich so ein Grottenkick. Also, sie sind jetzt spielerisch, äh, keine Mannschaft, die über 90 Minuten absolut bestechend ist. Und, das weiß aber, denke ich mal, auch jeder, wie gesagt, Italiener ist eine Mannschaft, die ergebnisorientiert spielt, die, aber trotzdem eine Turniermannschaft ist für viele. Mhm. Ich sag mal so, ich glaube, es gibt hier ein 1-zu-1 nach 90 Minuten. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, das geht hier ins Elfmeterschießen und die Italiener kommen weiter, ich weiß es nicht. Aber das ist, das ist, ich weiß nicht, die Italiener sind doch prädestiniert dafür, in solchen großen Spielen irgendwie mit Ach und Krach irgendwie weiterzukommen. Oder wie, äh, wie glaubt ihr, sieht das Ganze aus? Wer kommt jetzt endgültig weiter? Wie gesagt, ich hab ja auch Italien gesetzt von denen. Okay. Auch Spanien. Okay, und wen hättet ihr lieber für die Deutschen? Spanien. Ist mir egal, weil ich nicht das Gefühl hab, dass wir beide schlagen könnten. Okay. Ja, wahrscheinlich, äh, ich hab's ja eingangs gesagt. Ich hab's ja eingangs gesagt, wir müssen, um Europameister zu werden, wahrscheinlich eh die Westen schlagen. Von daher, ne, komme was wolle. Gut. Und dann haben wir noch das letzte Achtelfinale. Der Gewinner dieser Partie trifft auf den Sieger von Frankreich-Irland. Und zwar England gegen Island. So, und ohne da jetzt viel vorwegzugreifen. Glaubt ihr, die Isländer haben hier eine richtige Chance? Oder wird England das nach Hause schauen können? Klar, haben sie eine Chance. Sie haben die Qualifikation, ähm, gemeistert. Sie haben jetzt die Gruppenphase gemeistert. Sie können auch England raushauen. Aber ich setz erstmal auf ein 1-1 und dann wird wahrscheinlich die Entscheidung in der Verlängerung fallen oder im Elfmeterschießen. Okay, also, ich hab, äh, ein 2-2 hier stehen. Ähm, ich glaube, dass die Isländer eine Mannschaft sind, die, äh, so ein Überraschungspotenzial eigentlich hat. Und selbst wenn man jetzt den Namen Island sieht und sich denkt, ja gut, Fußballer haben die nicht so viel Klasse. Ich muss jetzt sagen, die haben ihre Spiele jetzt nicht nur durch Zufall gewonnen. Das, äh, wäre ja eigentlich Blödsinn. Und deswegen, sie haben absolut ihre Berechtigung, dass sie in diesem Achtelfinale stehen. Und ich finde, irgendwie die Engländer, keine Ahnung, die, das ist eine Mannschaft, die sich viele Chancen erarbeitet, sehr viel rausspielt. Aber, äh, es war so ein bisschen auch das Problem der Deutschen gegen Nordirland. Sie machen die nicht immer rein. Also, wie ihr letztes Gruppenspiel 0-0 ausgehen konnte, ist ein Unding. Eigentlich. Mhm. Und, von daher, ja, bei denen wird die Chancenverwertung das Manko sein. Und ich glaube, Island ist eine Mannschaft, die das besser ausnutzen kann, als irgendeine andere Mannschaft in diesem Turnier. Von daher, ich glaube, das Ding geht in die Verlängerung. Und was danach passiert, ich wage hier keine Prognose abzugeben. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, wer hier weiterkommt. Ich halte das für komplett offen, aber ich habe hier ein 2-2 stehen. Äh, glaub, das wird eine leidenschaftliche Partie, wo die Engländer lange am Drücker sein werden. Aber die Isländer werden dann irgendwie, ja, den Ball über die Linie bekommen, so wie sie es jetzt in ihren Gruppenspielen auch geschafft haben. Wenn wir übrigens nach den Buchmachern gehen, England der ganz eindeutige Favorit mit einer 1-5er-Quote. Das Unentschieden mit einer 3-8 und Island mit einer 8er-Quote. Ja, also, wer mutig ist, tippt auf Island oder das Unentschieden. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten würde. Dann wartet ja im Viertelfinale ein potenzieller Kracher dann auch mit England gegen Frankreich oder Island gegen Frankreich. Wenn Island gegen Frankreich spielt, auf wessen Seite wärt ihr? Island. Der Underdog. Okay. Absolut. Ich bin auch auf Island-Seite und ich tippe übrigens auch ein 1-1. Ja, genau. Ich hätte dich ja jetzt noch nach deiner Meinung zum Spiel gefragt, keine Sorge. Aber da kann ich auch nichts mehr zu ergänzen, habt ihr beide schon. Okay, gut. Ja, dann sind wir, was die Achtelfinals anbelangt, so weit durch. Ja, also, jetzt trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wer ist hier wirklich eine Turniermannschaft und wer, ja, hat zwar Potenzial, aber kann das ihren Platz bringen. Ich bin gespannt. Also, ich freue mich am meisten auf die Spiele Italien, Spanien, Deutschland, Slowakei und, ja, England, Island. Das sind eigentlich so die drei Spiele, wo ich sage, ja, das muss ich mir echt unbedingt angucken. Auch Ungarn, Belgien ist nicht schlecht. Und, äh, wir sind mal gespannt, was da kommt. Was ist so, was sind so eure zwei, drei Spiele, wo ihr sagt, da freue ich mich riesig drauf? Eigentlich finde ich alle ganz interessant. Jetzt dadurch, dass wir wieder die Gruppenphase haben, äh, Gruppenphase, sag ich schon, die K.O.-Phase haben, werden es wieder bessere Spiele, werden wieder spannendere Spiele, weil man jetzt wieder sich mehr reinhängen muss. Ähm, Highlights sind natürlich Italien gegen Spanien, finde ich. Deutschland muss ich jetzt nicht erwähnen, das soll ich sagen. Dann noch Kroatien gegen Portugal. Ähm, und Frankreich gegen Irland würde ich mir auch gerne mal angucken, wegen der, ja, der Brisanz, die eben in dieser Partie mittlerweile drinsteht. Okay, Lukas? Also, für mich am spannendsten ist schon, äh, Ungarn-Belgien von den Spielen. Ich kann alles rauskommen, das wird, das wird für mich das spannendste Spiel. Und die Spiele Schweiz gegen Polen brauche ich nicht unbedingt. Und, weiß nicht warum, aber. Ja, ich brauche zum Beispiel Wales gegen Nordirland nicht unbedingt. Ähm, ja, und jetzt sind wir eigentlich bei dem, bei der normalen Anzahl an Mannschaften. Wir hätten jetzt 16 Mannschaften, äh, und es wird jetzt auch nicht mehr so viel rumtaktieren geben. Es wird jetzt keine, äh, Mannschaft geben, die jetzt einfach nur 90 Minuten den Unentschieden halten will und einen Punkt mitnehmen will. Das gibt's nicht mehr. Ja, deswegen, ich denke mal, ab jetzt wird sich die Spielqualität, äh, durchgehend steigern. Äh, ja, ich weiß nicht, Schiedsrichter könnte man noch ansprechen, aber ich denke mal, da sind wir uns einig, dass die bisher eigentlich, äh, alles in allem einen guten Job machen, oder? Ja. Ja. Oh, da grummelt jemand. Sagen wir es mal so, ähm, ich hab jetzt, ähm, der letzten, oder beziehungsweise in der abgelaufenen Saison schon schlechtere Schiedsrichterleistung gesehen. Von dem her machen sie das ganz in Ordnung. Okay, aber so die pure Begeisterung ist noch nicht bei dir? Nee, nicht wirklich, also es gab so ein paar Situationen, wo man sich so denkt, okay, eine geradere Linie wäre jetzt nicht schlecht, dann gibt's Situationen nämlich, wo sie dann einfach mal im Strafraum abpfeifen, wo man sich so denkt, ja, das war jetzt aber eigentlich ein Foul, und er pfeift aber irgendwie offensiv-foul statt defensiv-foul, und keine Ahnung was, und, na, weiß ich auch nicht. Also, es ist ein bisschen wischi-waschi, noch ganz steige ich da nicht durch, was sie da eigentlich manchmal pfeifen. Es ist noch ein bisschen wischi-waschi, und damit, denke ich mal, können wir das Ganze für heute auch erst mal abschließen. Mein Körper ist auch gerade wischi-waschi, komplett durchgeschwitzt. Ja, also, die Raumtemperatur ja ist gestiegen, ich bin, äh, also, ich habe angefangen bei, äh, knapp 25, ich bin bei 26,7 angekommen. Und einer Raumfeuchtigkeit von 60 Prozent. So, äh. Dann heißt es, schnell Elektrogeräte ausmachen. Ja, äh, das habe ich jetzt auch vor, denn ich werde mich jetzt, äh, rausstützen in Richtung Wasser. Ähm, aber ich muss mal gucken. Also, ich habe mir vorhin schon sagen lassen, selbst draußen ist es eigentlich zu warm. Ich, vielleicht setze ich mich auch einfach in den dunklen Raum und mache die Augen zu. Wer weiß. Gut, ähm, ich bedanke mich für, äh, fürs Dabeisein, trotz der äußerlich, äh, erschwerenden sommerlichen Temperaturen. Mal gucken, ich denke mal, äh, das sollte nächstes Mal nicht ganz so extrem sein. Und dann, bis wann gehen die Achtelfinals? Bis Montag. Und dann geht's... Das ist, glaube ich, wieder zwei Spiele Pause oder... Am Donnerstag geht's dann weiter. Genau, zwei Tage wieder Pause, dann geht's wieder weiter. Genau, das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, äh, uns dann am Dienstag oder Mittwoch, äh, wiederhört, die ist relativ hoch. Da werden wir dann auf die Viertelfinals eingehen und dann gucken wir mal. Also, heute war ein bisschen kürzer, ist aber auch den äußeren Bedingungen, äh, geschuldet. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht das große Problem. Wir haben, denke ich mal, alles angesprochen und sind damit durch. Weiter will ich euch gar nicht hier fesseln. In dem Sinne, ich bin raus. Eike und Lukas haben die Schlussworte. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, ich wünsche euch mal noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Tschüss. Ja, genießt das Wetter. Macht's gut.